Mein Name ist Lutz Bayer, ich bin Geschäftsführer der Aufwind. Wir arbeiten seit 2014 sehr erfolgreich schon mit CMC zusammen, hauptsächlich in dem Bereich Rides. In dem Bereich sind wir Ideengeber, Produzent mit einer eigenen Produktion von aufwändigen Flying Featers, Brand Experiences, Erlebniswelten, Dark Rides, die wir für unsere Kunden wie zum Beispiel Freizeitparks oder große Industrieunternehmen auch für Messen entwerfen und bauen. Und hier übernimmt CMC diesen großen Part der 3D-Filme für uns, das heißt die Filmerstellung für die medienbasierten Anwendungen auf den großen Leinwänden. Und hier arbeiten wir sehr erfolgreich, sehr freundschaftlich mit CMC zusammen, was ausgezeichnet funktioniert. CMC ist für uns auch ein Stück weit Ideengeber im Bereich der Drehbücher. Wir können uns völlig darauf verlassen, dass wir eine sehr gute Qualität erhalten, jederzeit auch sehr flexibel auf eventuell neue Anforderungen reagieren. Und auch hinterher, was bei uns in der Branche ein Riesenproblem ist, die Abstimmung von der Motion Plattform nachher zum 3D-Film, dass wir da auch vor Ort schnell noch Anpassungen machen können, läuft sehr, sehr, sehr gut. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir CMC haben, dass wir schon sehr lange sehr erfolgreich zusammenarbeiten und hoffen, dass wir noch sehr lange und sehr viele schöne große Projekte mit CMC zusammen machen können.